willkommen zurück nach sehr vielen problemen ja schlechte nachrichten bei mir ich bin wieder level 1 meine festplatte hat es komplett zu hauen meine ganzen speicherdaten alles ist weg hey lass deinen hut auf alles ist kaputt alles ist weg wo ich habe wegen nicht lange schnacken koppelnacken und direkt kopf war ja man das hast du jetzt alles verloren du hast ja die ganzen kopf ich hatte das ganze kopf ich weiß gar nicht haben wir eine welt übersprungen nicht dass ich wüsste aber lass jetzt mal hier oben links die quest machen hier der gefallene junger lassen zwei spezielle zutaten fallen verwende sie um einen frank für blinkheit herzustellen soll ich machen ich habe sieben tränke weizen könnte ich dir hier geben abwerfen hier bären warte mal was man gibt mir mal hast du bären da dank aus der bären und wasser ich trock dir mal das wasser und die bären und wasser kannst du glaube ich ein trank herstellen in der werkbank nee 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 brauchst du nicht mal einfach herstellen und dann hier untertränke ja ja dir ist aber bewusst dass ich noch nichts herstellen kann doch 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 nein ich habe keine punkte außerdem brauche ich zwei rote bären punkte für was drückt doch einfach in zwei bären und ein wasser gibt ja ich habe aber nur eine wäre ja nur sperren fahren jetzt da müssten wir theoretisch zurück ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal karotten ich werde sowieso erst mal die fresse voll kriegen leute dann macht man guckt ihr den meyer typ wieder an das ist da vorne ich bin die fackel ich bin die fackel aber langsam ich sehe nicht ich sehe was ich sehe gar nichts wo bist du hier ich lass dich mal vorher vorsicht leuchte mal hier schon aus ist hier noch irgendwas das ist ein donnergucker aus den blauen dingern kriegst du manapots raus und man ja brauche ich eigentlich links hier manchmal hier das daher nee das habe ich schon mal geguckt das ist einfach nur deko also ich bleibe das mal ein bisschen draußen ich versuche den hier raus zu locken okay da sind so zwei aber auch der macht mir relativ viel damage super super auch mein stab ist kaputt ich muss kurz mein stab präparieren so kriegst du gut exp sei aber mal so nett dann lass mir mal die ganzen loots und so bis ich hier bist du wieder vorankommen bis ich das habe ja ich krieg also ich habe jetzt gerade einen pot zerschlagen und habe 73 erfahrungspunkte bekommen wow ist das viel hier ist auf jeden fall noch die tür ja ja mach mal licht hier ist noch so eine vase links naja bei denen kann ich mir schlecht helfen kann den anderen raus trägern auf versicht ich muss irgendwas hat immer kurz ganz ohne fackeln alles ich habe neues rezept klassische gartenbank was auch immer ach so eine gartenbank wo man sich draufsetzen kann oder was keine ahnung ich sehe nicht was du siehst ich will weiter die scheiße jetzt was machen licht oh 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 da ist ein portal junger ja Padawan so die ist aber nix warte mal ich brauche die auch mal ab damit ich hier mal auch Verfahrungspunkte dafür krieg die mana tränke schmeißen die einfach rauf die geben gar keine exp aber ich könnte das portal jetzt schon mal aktivieren ich habe 13 stück noch ich habe noch zwei schon durchgehen soll warte mal erst mal bevor wir durchgehen weil wir können eigentlich schon bessere ausrüstung herstellen ja gar nicht erstellen doch 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 du brauchst eine werkbank ja die kann ich hier unten alles kurz machen so pass auf ich kann nur holzschwert machen ja pass auf das auf das auf das auf das auf das auf lass mich mal ran so und zwar gibt es hier jetzt anboss der schuldig ich brauche stein dinge schutzwahl alter stein und holz scheiß man das ist ein erdblöcke ich habe ich dachte immer schon mal den mann hat fangen mit lassen wir noch nach oben gehen wir können dann noch ein bisschen holzen sammeln nimmst du das ding mit wieso wir kommen doch gleich wieder runter na gut hast du stehen doch mal dabei alles gut und außerdem haben wir oben die insel noch nicht beziehungsweise die welt noch nicht erkundet ja ja ich sehe jetzt gar nicht hier geht raus das sehe ich es ist tag immer noch ziemlich ich höchst voll guck mal hier runter oder ist der dicke vorsicht der dicke kommt auf dich was macht er machst du dem eigentlich schaden ich habe eine sprengbombe das sind feen ich denke mal das soll ich sein klein moment ich kämpfe gerade die machen mir anderthalb schaden mir auch fast ich wollte gerade einen feuergeist trinken was macht der feuergeist steht da dran oh da ist das haus hey ich sag dir wir haben die letzte welt übersprung sage ich dir weil wir hatten die mission mit dem typen wo ist der feuergeist springen nicht unter 31 schaden was wirklich zugehört wir haben pfeil der welt übersprung weil die letzte mission die wir hatten war mit diesen oder jan ja mit chen mit chen ich bin gleich tot ja lauf weg heil dich hast du eigentlich mann oh alter macht der damage ja level 2 stufenaufstieg werke talente muss ich wieder schlafen so was brauchen wir jetzt direkt runter gehen direkt und noch die fresse geben oh oh hier ist eine truhe oh yeah nein warum nimmst du die wir teilen du hast doch auch 219 exp bekommen oder nicht nein habe ich nicht schwör ja armer bengel das hast du gelernt weil die gelben dinge wo die fallen lassen das sind erfahrungspunkte keine ahnung also wow oh uh direkt besucht also mach ihn soooood lol in diesem fall immer diese schleifstein cool jetzt kommt der endboss oder auch nicht 293 erfahrungspunkte gab der kraft oder sind zwei so komische fliegende augen alles gut wo beide kommen ich habe auch demnächst level ab und noch einer macht die truhe da schon mal auf guck ich habe xp bekommen obwohl du es aufgemacht hast ich habe wieder acht platten bekommen coole sache hier ist ein käfig da ist aber nichts drin habe ich schon ausgecheckt hier hinten hier wo ich jetzt bin ich habe keine facke ich glaube wir haben es jetzt komplett hier was ich bin level ab ja kann ich schon meine punkte wieder geht ja haha geil was brauchst du da hinten ab dem käfig ok dann können wir jetzt hier aus der hütte raus hast du zufällig auf die umgeguckt wo wir gestartet haben wir nehmen gerade 13 minuten 14 minuten auf von mir wird es angezeigt ich bin wieder oben schon mal der leger rechts daneben ist ja ich ertrinke ich komme nicht mehr raus jeder bau doch was ab bau was unter dich das war richtig geil was ist denn das hier macht es ist ein baum so flacher fischer ich mache die tür mal wieder und du hast wieder eine truhe übersehen ja guck durch level abbekommen so guck mal was da unten ist da ist was ich will nein du hast hier du hast eine katze ich habe eine maus eigentlich hätte ich bekommen müssen ja ich habe es gesehen ja wollte ich auch gerade sagen man ist die fette jetzt macht hier noch geräusche du bist der köder da liegt was blau ist das glaubt du dich das ist mana ähm da unten steht noch jemand ja mach mal tot oh 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 mein stab schon wieder kaputt das geht ja richtig schnell lol hier geht es noch weiter runter aber da war eine tür ich will erst in die tür rein und dann weiter runter oben meinst du ja oben meinst gell joo uaah platte viel ich bin gleich irgendwie so leicht tot direkt nochmal so ein blitz abbekommen da ist noch mal was war diesmal nur ein käfig ähm ach du baust uns raus ok ja boah da geht es ja direkt runter boah der eine katze ey ooo 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 da hast du schon schaden bekommen jah ich überhaupt nicht haha ich hab' noch einen pad aber nicht was ja kann ich das auch einnehmen gibt mir das pad ein frosch gebürt den frosch wir wechseln uns ab mit den pads ok ja das nächste pad kriegst du wieder ja ich hab nun dinge und mal brauchen wie ich habe jetzt zwei so käfige warte mal die will ich mal aus testen sprengbomben ja man kann man direkt an das hier alles neu starten ja gut aber ich würde sagen wie es da unten weitergeht sieht man es in der nächsten folge du wirst runter ok 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 ich stelle mich hierher wie denn jetzt okay so jetzt ich wollte andersrum auf jeden fall das war es erstmal bis zur nächsten folge haut rein